Wer meinen Blog Byday verfolgt, weiß, dass ich ja seit Ende September in indonesische Aktien und ETFs investiere. Wie sich meine Investitionen im Monat November entwickelt haben, darüber möchte ich heute in diesem Video berichten. Mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Silvio aus Indonesien. Heute soll es um das Thema Investieren in Indonesien und meine Investitionen an der indonesischen Börse und in P2P Krediten gehen. In diesem Video soll es in erster Linie einmal darum gehen, wie meine Entwicklung im Monat November war. Aber da es das erste Video ist, werde ich da auch mal einen Überblick über den kompletten Status seit meiner ersten Investition einmal vorstellen. Begonnen habe ich am 23.09.2019, sieht man das, also am 23.09.2019 hatte ich 15 Millionen Rupien, das sind circa knapp 960 Euro, mal auf das Börsenkonto eingezahlt. Und eigentlich auch regelmäßig dann mal immer wieder hier weitere Zahlungen tätig. Insgesamt habe ich also jetzt knapp 22 Millionen investiert, nicht alles an der Börse, also ich habe nebenbei dann auch noch P2P Kredite laufen. Gehen wir jetzt aber erst einmal auf den aktuellen Stand ein und schauen uns dann mal nur den November an, vom 1.11. bis zum 30.11. Wir sehen hier schon einen Verlust von minus 0,3%. Das gesamte Portfolio liegt bei 1,8%. Das kommt daher vom 23. September bis zum 31. oder 30. September hatte ich einen Verlust von 1,2%. Der Oktober lief super mit 3,3% plus und der November ist wieder ins Negative gerutscht. Insgesamt habe ich jetzt einen Kurserfolg von 390.000, der war schon mal auf einer Million. Das sieht man hier, ja, da hatte ich dann schon eine Million zusammen. Schauen wir mal an, in was ich investiert bin. Auf die einzelnen Aktien möchte ich jetzt in diesem Video nicht eingehen. Wie man sieht, bin ich sehr flexibel aufgestellt. Insgesamt habe ich in 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aktien investiert und eben in P2P Kredite. Hier sieht man zum Beispiel alle Positionen mit knapp 6% habe ich insgesamt jetzt 26 Kredite laufen, wo ich 50.000 Rupien investiert habe. Nur mal so zum Anmerken für die, die nicht wissen, was 50.000 Rupien sind. Also der Kurs liegt derzeit bei knapp 1 Euro sind 15.500 Rupien so überschlagen. Also im Mikrokreditbereich sind doch definitiv alles nur Mikrokredite, die dann so um die 500.000 oder 1 Million sind, wo ich anteilig da investiert habe. Auch dort werde ich nochmal ein extra Video machen, um mal zu schauen, in welchen Branchen ich investiert bin, in Energierohstoffe habe ich sozusagen zwei Unternehmen. Finanzsektor habe ich auch zwei, davon ist eine Bank und ein Finanzdienstleister. Konsumgüter habe ich eins, zwei, drei Investitionen. In Medien, Verlage, Print habe ich eins, Telekommunikation habe ich eine, dann habe ich zwei in ETFs und eben hier in P2P Krediten. Schauen wir uns mal die Entwicklung zum Leitindex von Indonesien. Der ist hier grün dargestellt. Wie man sieht, hat am Anfang im September mein Portfolio schlechter performend als eben der als Leitindex. Und hier am 29.10. hat er sich dann gelöst und ist besser performend als eben dieser Leitindex. Man sieht auch, die Schere ging dann auch ziemlich weit auseinander. Zum Monatsende liege ich mit 0,08% im Plus und der Leitindex liegt mit minus 3,15% zum Monatsbeginn. Schauen wir uns nochmal die Erträge an. Im Oktober hatte ich bereits die Dividendenzahlung. Da hat United Tractor 36.720 ausgezahlt und durch P2P-Kredite habe ich 3.250 Rupien an Zinsen bekommen. Im November habe ich nur Zinsen bekommen und die belaufen sich auf 31.561 Rupien. Die Kredite schauen wir uns dann auch mal an. Wie gesagt, dazu werde ich auch noch definitiv ein spezielles Video machen. Das würde sonst den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Im Kontowert habe ich 1.401.000 Rupien. Ich habe auch schon 2 Kredite, die im Rückstand sind. Das ist einerseits einmal mit 100.000 Rupien. Der wäre fällig gewesen am 31. Oktober. Hier sieht man jetzt mal Versuche, was diese Plattform eben unternommen hat, damit ich mein Geld zurückerhalte. Der Kreditnehmer hat sich jetzt auf eine Ratenzahlung geeinigt und will sozusagen am 1. Dezember die erste Zahlung tätigen. Wenn wir uns den mal anschauen, was er für ein Ladenlokal hat. Also man sieht hier, der handelt eben mit Telefonzubehör. Investiert habe ich hier nicht. Das ist die komplette Summe, also er hat sich 500.000 Rupien geliehen. Und ich habe 50.000 hier investiert. Wo sehe ich das? Da nicht. Dann eben Rückgabe. Genau, 50.000 und ich erwarte eben 50.500 zurück. Ok, jetzt schauen wir uns nochmal meine Excel-Tabelle an. Ich habe mir mal so eine kleine Tabelle gemacht. Das ist sozusagen die Kreditnummer, die man hier sieht. Das ist die Nummer. Wir können uns die mal rauskopieren und mal schauen, wo er die anzeigt. Strick F, Strick V, weiter suchen. Das ist die. Man sieht, die ist noch offen. Ja, da ist die andere offene, die mit 100.000. So, und hier sieht man zum Beispiel mal die Kredite, die grün sind, sind alle bezahlt. Die später gekommen sind, habe ich bei Fälligkeit dann einfach mal markiert. Rot ist eine längere Frist. Gelb ist bis drei Tage. Orange geht dann ab drei bis fünf Tage los. Und Rot ist dann eben noch länger. Und dann sieht man hier zum Beispiel, dass man eben noch zusätzliche Zinsen bekommt. Also er hätte hier zum Beispiel nur 101.000 erhalten müssen. Er hat aber 102.000 bezahlt müssen, weil er Strafzinsen bezahlt hat. Weil er sozusagen zusätzliche 1.000 Rupien verdient. Das geht dann hier weiter. Also man sieht, ich habe hier schon wirklich ein bisschen Haare sträumen, ob das wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber zu guter Letzt, ich sage mal zwei Ausfälle bei denen. Meine Investitionssumme ist 1.401.000. Und insgesamt investiert habe ich, weil die Laufzeit ja immer nur 14 Tage ist. Die meisten Zahlen nehmen auch schon eher zurück. Dass man das dann gleich wieder reinvestieren kann. Insgesamt habe ich sozusagen seit dem 17.10. Habe ich die erste Investition getätigt, habe ich insgesamt 4.75.000 Rupien investiert. Wobei ich dann insgesamt einen Gewinn von 34.811. Das müsste man ja hier auch sehen in meiner Liste. Genau, hier sind die Zinsen, die ich erhalten habe. Das sind die zusätzlichen Strafzinsen, die ich bekommen habe. Hier sieht man zum Beispiel, der hat am 27.11. den Kredit aufgenommen und hat am 28.11. also nächsten Tag die Summe schon zurückbezahlt. Okay, gut. Dann schauen wir uns nochmal die normale Übersicht an für den Monat November. Also insgesamt habe ich jetzt mit P2P-Kredite 21.876.204 Rupien. Wir können hier nochmal auf die Börse eingehen. Hier sieht man zum Beispiel den Leitindex, den HSG. Die Entwicklung, die habe ich ja bei mir auch mit drin. Wenn man sich das mal anschaut. Das Diagramm, genau das ist die. Ist hier bei, ach, sehr bloße Prozente. Gestiegen. Müsste ja dann hier auch gestiegen sein. Genau, hier in der letzten Position ist gestiegen. Ja, also der Leitindex. Dann schauen wir uns mal das Portfolio an, direkt an der Börse. Also das sind die Aktien, in die ich investiert habe. Und dann habe ich noch in ETFs investiert. Die können wir uns auch nochmal anschauen. Eigentlich nur in zwei. Das ist ein Money Market. Das bedeutet, wenn ich ein Guthaben habe, wird das Guthaben immer automatisch in Bonds investiert. Vorteil ist, der steigt eigentlich immer. Ja, gehen wir mal bei den Money Fonds rein. Da sieht man es hier. Also der steigt eigentlich gleichmäßig. Hier sieht man dann immer die Käufe und Verkäufe. Und zu den anderen beiden Fonds habe ich hier gekauft. Also bei dem Fonds ging es zum Beispiel Backup. Und bei dem genauso. Warum ich die beiden genommen habe, ist, das ist ein Scharia Investment Fonds. Also der sich nur an Scharia zertifizierten Aktien beteiligt. Und das ist eben ein Allrounder. Also der hat alle Aktien mit drin. Noch was zu den Steuern mal. Das wird ihr als nächstes mal fragen. Wie gesagt, ich mache da noch ein extra Video. Aber ich zahle für den Aktienkauf 0,18% an Steuern. Wie gesagt, das ist lächerlich. Und beim Verkaufen bezahle ich 0,28%. Bei Dividenden schlägt man in Indonesien richtig zu. Da zahlt man die üblichen 10%. So, das soll jetzt erstmal zu meiner ersten Auswertung meines Portfolios mit Investitionen in indonesischen Aktien und in P2P-Krediten sein. Ich werde das jetzt immer monatlich machen. Zwischendurch werde ich natürlich dann nochmal auf diverse einzelne Aktien eingehen in einem Video. Grund, warum ich die gekauft habe. Und auch eben auch mal auf das Börsentool und meinen Broker, den ich benutze. Auch im Bereich P2P-Kredite werde ich da nochmal ein extra Video machen. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Und wenn du weitere Informationen aus Indonesien erhalten möchtest, abonniere kostenlos diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreibe diese unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Euer Silvio. You 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 Bis zum nächsten Mal.